Hinschauen, hat man das Gefühl, da ist etwas dran. Hier kommt für Sie eine göttliche Stimme. Karel Gott. Die Zeit läuft weiter, sie bleibt nicht stehen. Und unsere Erde wird sich weiter drehen. Wer kennt den Weg und wer weiß wohin, kennt die Antwort auf die Fragen. Ich fühle mich jung, wie ich es immer war. Alles genießen, das ist wunderbar. Soll ich so tun, als wäre ich schon am Ziel. Hab nun Jeans in der Seele. Ich mach sie in die Zeit und steh immer still. Mach was ich will, das mit Gefühl. Kein Weg zu weit und kein Berg zu hoch. Zu überwund, doch viel weiter. Für immer jung, ich fühle mich. Für immer jung, ich werde einfach immer alles geben. Für immer, für immer lieben. Für immer jung, ein Leben lang. Für immer jung, ich werde einfach immer alles geben. Für immer jung, ich werde einfach immer alles geben. Für immer jung, ich werde einfach immer alles geben. Für immer jung, ich werde einfach immer jung. für immer jung, ich werde einfach immer alles geben. Für immer jung, ich werde einfach immer alles geben. Ich werde alles geben für immer im Leben. Wie immer du, einander als wie immer du. Ich werde einfach immer alles geben. Einander als wie immer du. Ich werde einfach immer alles geben für immer du. Ich werde einfach immer alles geben für immer du. Hier jung bleiben und neugierig auf das Leben. Und das bin ich. Hat er recht. Hat er recht. Wir gehen mal ein bisschen darüber. Ich habe noch etwas vor mit dir. Ich habe noch etwas vor mit dir. Sag mal, ich habe gelesen Expo. Trittst du auf? Ja. Ich werde auf der Expo 2000 auftreten. Gut. Also alles gab da Maler Karel Gott. Erklärst du ein bisschen was für den Bildern? Gerne. Also erstens Malerei ist für mich mehr als Hobby. Das ist eine andere Art sich künstlerisch. Ja, das hat Musiker. Die waren bei uns in der Sendung. Die sind ja sowas von toll. Die traditionelle kubanische Musik spielen. Und das ist ein ganz anderer Karel Gott. Karel, jetzt habe ich gesagt, ich habe etwas vor mit dir.